Hallo ihr Lieben. Wir wollen heute mit euch zusammen den Chirola machen. Das ist ein Lied, wo man sich eine ganze Menge merken muss. Das kommt dann bestimmt nach und nach. Also keine Bange, es ist eine ganze Menge zu merken. Es geht los. Ein Chiroler wollte jodeln gehen auf dem Berge am Hang. Doch da kam ein Kuckuck und der störte sein Gesang. Ein Chiroler wollte jodeln gehen auf dem Berge am Hang. Doch da kam ein Skifahrer und der störte sein Gesang. Ein Chiroler wollte jodeln gehen auf dem Berge am Hang. Doch da kam eine Lawine und die störte sein Gesang. Ein Chiroler wollte jodeln gehen auf dem Berge am Hang. Doch da kam ein Krankenwagen und der störte sein Gesang. Ein Chiroler wollte jodeln gehen auf dem Berge am Hang. Doch da kam eine Krankenschwester und die störte sein Gesang. Ein Chiroler wollte jodeln gehen auf dem Berge am Hang. Ein Chiroler wollte jodeln gehen auf dem Berge am Hang. Doch da kam ein Kuckuck und der störte sein Gesang. Und die kleine Liebste und die störte sein Gesang. Geschafft! Okay, aber warte, es geht noch weiter. Und zwar machen wir unsere Abschauspakete. Alles einsteigen. Erstmal Wind. Wind, Wind, Wind. Wind, Wind. Knie, 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 Knie und Tschüss. Knie, Knie.